Entscheide dich. Wer sich nie entscheidet, entscheidet sich auch und zwar für Stillstand. Wer nicht links oder rechts geht, bleibt stehen. Oft spielt auch hier die Angst für falsche Entscheidungen eine wichtige Rolle. Falsche Entscheidungen gibt es meiner Meinung nach nicht. Jede Entscheidung hat eine Erfahrung als Resultat. Damit bin ich zufrieden oder eben nicht. Eine schlechte Entscheidung ist besser als keine. Aus jeder falschen Entscheidung kannst du lernen und wachsen. Betrachte Fehler als Lernerfahrungen, die notwendig sind, damit sich etwas bei dir verändert. Würde jeden Tag alles super laufen, würdest du unverändert weitermachen. Du wiederholst lediglich den Erfolg, den du gestern schon hattest. Zudem ändert sich in deinem Leben nur etwas, wenn du dich klar entscheidest. Wie entscheidest dich du? Das ist die Frage des Tages. Sehr cleveres Buch.